Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Wir haben heute ein etwas anderes Video, ein kleines Werbevideo. Ja, sozusagen. Wir haben uns nämlich jetzt in der Weihnachtszeit eine wirklich gute Sache ausgesucht, für die wir Geld spenden möchten. Und zwar geht es dabei um das Kinder- und Jugendhospiz in Bethel in Bielefeld. Genau, zur Erklärung, wir haben uns gedacht, wir zur Weihnachtszeit möchten wir einfach mal ein bisschen Geld spenden und was Gutes tun und haben uns so ein bisschen umgesehen, was ist in unserer Region oder in unserer Gegend. Und wir sind meistens ganz in der Nähe von Bethel und da gibt es ganz viele Krankenhäuser und Einrichtungen für kranke Menschen. Unter anderem dann eben dieses Kinder- und Jugendhospiz. Das ist für Kinder, die schwere Krankheiten haben, unheilbar Krankheiten. Und die halt auch wirklich ein kurzes Leben haben und die und ihre Familien werden dort halt unterstützt. Und die können sich halt da ein bisschen entspannen und ausruhen und bekommen halt dort sehr, sehr viel Hilfe. Genau, das finden wir super. Die können da ein paar Wochen dann hinkommen mit den Familien und auch gerade für die Eltern, für die Angehörigen gibt es dann da Entlastung. Also eine wirklich sehr, sehr, sehr gute Sache. Genau, deswegen haben wir uns diese Sache ausgesucht. Man kann dafür auf betterplace.org spenden. Wir blenden auch später unten den Link noch ein und unten auch in der Infobox. Und ja, dafür werden wir spenden. Aber wir haben uns das überlegt, dass wir das, wir wollen euch auch ein bisschen auffordern. Genau. Also wir werden ab jetzt eine Woche lang warten und schauen, wie viel in der Zeit gespendet wurde. Und das verdoppeln wir dann. Also wir werden einfach nochmal das Doppelte dann oben drauflegen. Ihr könnt also eigentlich auch ein bisschen mitbestimmen, wie viel wir dann... Genau, ihr bestimmt also, wie viel wir geben. Genau. Je nachdem, wenn ihr mehr gebt, geben wir natürlich auch mehr. Und ja, also wenn ihr noch auf der Suche nach einer guten Sache seid, die ihr unterstützen möchtet jetzt in der Weihnachtszeit, einfach mal unten reinschauen in die Infobox oder am Ende des Videos auf den, genau, den Link anschauen. Gerade zur Weihnachtszeit spenden ja viele Leute und vielleicht wollten eure Eltern auch sowieso noch was spenden oder so. Also schaut mal, ob das vielleicht was für euch ist und wir werden dann das Ganze auch unterstützen. Genau. Ja, wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Dann natürlich Daumen nach oben dalassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!